Was ist das? Ja, unser Laszlo ist auch da. Das ist unser Kroentrainer hier. Moin, Moin. Alles gut, Laszlo? Ja, alles gut. Wunderbar, das freut mich auch. Wir trainen das auch wieder am Parallel. Finish! 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 Alles gut. Finish! Laszlo, Laszlo! Finish! So ist er, logisch. Die ganzen Leute kommen hier. Unser belgischer Freund hier. Moin, Moin Guter. Wie geht's? Wunderbar. Wie geht's dir auch gut? Underbrennt. Das sind 1-0 gut. So ist er. So wollen wir das hier hin und ich höre. Ludo hier. Ludo auch am Parallel. So ist er. Ludo! 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 Jonas, ich zieh immer noch von den 1-0. Glaub mir das. Hahaha! So, wollen wir den Pech hoch. Das war noch deren Siege der Werde, wie sneak hin, denn nicht. Echt jetzt hier hin und dann... Philippe Schild blaus! Ludo! Ludo! Spannend mit der Lunde! Okay. Terro wieder zu 0. So lieben wir das. Logisch. Die Jungs sind alle locker. Alles gut. Tschüssi.